Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Filmkritik. Heute geht es um den Film The Loved Once aus dem Jahre 2009. Ja, ich habe hier wie üblich meine Liste mit meinen Stichpunkten und ja, der Film ist eine Mischung aus Coming-of-Age-Komödie und Torture-Porn bzw. Terror-Film. Also eine sehr interessante Mixtur, aber auch eine sehr gute. Ist wie gesagt aus dem Jahre 2009 von Regisseur Jean Byron oder ich kann es leider nicht genau aussprechen. Es ist etwas seltsam geschrieben der Name und ja, das Ganze kommt aus Australien und ja, in meinen Augen ein echter Geheimtipp und der Film hat leider viel zu wenig Aufmerksamkeit in meinen Augen. Deswegen will ich denen jetzt mit einer Filmkritik etwas entgegenwirken. Ja, also erstmal zur Story. Es geht um einen Jugendlichen, der bei einem Autounfall seinen Vater verliert. Also die fahren halt beide mit dem Auto und der Jugendliche fährt. Und dann lenkt ihn halt etwas ab, was er auf der Straße sieht, was auch für den späteren Filmverlauf wichtig ist. Und ja, dann baut er halt diesen Unfall und sein Vater verstirbt und ja, er flüchtet sich dann bzw. versinkt immer mehr in Selbstmitleid und in Trauer. Ja, das äußert sich dann auch in selbstverletzendem Verhalten und dann kommt es dazu, dass ihn eine Mitschülerin fragt in seiner Schule, ob er denn mit ihr nicht zum Abschlussball gehen will. Ja, und da er eine Freundin hat, verneint er natürlich diese Frage und ja, diese Frau ist dann sehr, sehr ungehalten von dieser Absage und das steigert sich dann halt immer mehr. Aber ich will jetzt nicht näher auf das Ganze eingehen. Ihr werdet euch schon denken können, wie das Ganze dann weitergeht. Ja, ich komme jetzt zu meinen Positiv- und Negativ-Punkten. Also was hat mir an dem Film gefallen? Mir hat auf jeden Fall sehr zugesagt, dass der Film extrem gut gespielt ist. Also alleine die zwei Psychopathen, gespielt von John Brampton und Robin McLeavy, spielen ihre Rolle absolut genial und man nimmt diesen Psychopathen einfach ihren Wahn ab. Also ich würde diese Schauspieler gerne mal real treffen, ob die, also wie die real so drauf sind, denn ich, wie gesagt, ich nehme ihnen ihre Rolle voll ab. Aber auch die ganzen anderen Charaktere spielen sehr gut und verleihen ihren Figuren Kraft und Persönlichkeit. Also wirklich tolle Schauspieler, muss ich sagen. Fetter Pluspunkt. Dann auch gibt es sehr interessante, gute und konsequente Twists, aber nicht nur am Ende des Films, sondern immer wieder so im Laufe des Films mal ein Twist eingestreut. Immer mal wieder. Und es sind jetzt keine Twists, wo man irgendwie da sitzt und so, okay, nett, sondern es sind wirklich Twists, wo einem die Kinnlade runterfällt und denkt, what the fuck. Also wirklich geil, also wirklich geil, geile Twists und coole Brüche in der Story, kann man sagen. Ja, dann kommt noch dazu, dass die Foltermethoden sehr kreativ sind in diesem Film. Also es kommen Foltermethoden vor, die ich so eigentlich in noch keinem anderen Film gesehen habe, muss ich sagen. Also hier wirklich sehr kreativ. Sie sind jetzt vielleicht nicht so ultra blutig, wie man es vielleicht von so ganz extremen und kontroversen Filmen her kennt, aber es sind schon wirklich schon sehr, sehr deftige und auch kranke Einfälle, die man da serviert bekommt. Also muss man schon sagen. Allgemein ist der Film auch recht geisteskrank und psychisch gestört, also hat mich stellenweise, nur stellenweise auch etwas an einen Rob Zombie Film erinnert. Aber ja, das ist jetzt nur wirklich, wirklich nur stellenweise. Ja, also alles in allem sind die Pluspunkte schon sehr, sehr gut und verleihen dem Film auch wirklich auch eine Eigenständigkeit, muss ich sagen. Also es ist zwar ein Torture-Porn-Streifen-Terror-Film überwiegend, aber diese ganzen Punkte werten den Film halt extrem auf und hieven ihm wirklich weit über den Durchschnitt. Aber so gut wie jeder Film hat natürlich auch The Love It Once ein paar Negativpunkte, die mich jetzt allerdings nicht sonderlich gestört haben, muss ich sagen. Also ich habe mir jetzt hier eigentlich nur zwei notiert und das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also zum einen Mal fand ich es etwas schade, dass die Psychopathen keine Backstory erhalten haben. Also es wird nicht wirklich aufgeklärt, warum diese Psychopathen denn so geworden sind, wie sie letztendlich sind. Es werden Andeutungen gegeben, aber mehr auch nicht. Es wird auch ein inzestuisches Verhältnis zwischen Vater und Tochter angedeutet. Also auch schon recht grenzwertige Thematiken in diesem Film. Ja, das war wie gesagt leider etwas schade. Ich hätte mir hier schon etwas mehr Aufklärung gewünscht, denn ich fand das schon recht interessant alles. Dann noch ein Punkt, der mich nicht wirklich gestört hat, der aber einfach unnötig war. Also es gab eine Nebenstory, also einen Nebenhandlungsstrang, den es so nicht wirklich gebraucht hätte. Also da sieht man einen Kumpel von unserem Hauptprotagonisten, der sich mit einer Frau trifft und zu diesem in der Story erwähnten Abschlussball geht und sich dann halt an die ranmacht. Dann haben sie Sex und Kiffen miteinander und so weiter. Es ergeben sich auch ein paar lustige Situationen und so. Deswegen auch das Genre Coming of Age. Ja, es reißt einen nicht wirklich aus dem Film raus. Hätte es auch nicht wirklich gebraucht. Ja, finde ich auch sogar etwas erfrischend mal diese Kombination. Und ja, das wären halt so zwei Punkte, die man vielleicht negativ angreifen könnte. Hat mich jetzt nicht sonderlich gestört. Ja, die Musik ist auch noch recht gut. Das wollte ich noch erwähnen. Also jetzt negativ und positiv Punkte sind eigentlich jetzt schon abgeschlossen. Aber wie gesagt, die Musik ist noch recht gut. Gut, das Ende hat mir auch sehr gut gefallen. Also ist recht dynamisches Ende und auch wieder recht psychopathisches Ende, wie hat auch der Rest vom Film. Alles in allem ein wirklich guter, gelungener Film, der kein bisschen billig wirkt in meinen Augen. Der gut gespielt ist, der spannend ist, atmosphärisch ist, brutal ist. Also der Film vereint wirklich sehr viele gute Aspekte in sich. Und mich würde eure Meinung zu diesem Film natürlich interessieren. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare rein. Und ihr könnt mir natürlich auch Kritikwünsche unten bei den Kommentaren reinschreiben. Also was euch auf dem Herzen liegt, unten ist die Kommentarfunktion. Ihr kennt sie ja. Ja, Love at Once kriegt von mir 8 von 10 Punkten und eine Empfehlung. Und jetzt sage ich euch Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Silenzium 141.